zu tun aber auch ob es geht es ist aber auch wahrscheinlichkeit dass man ein bisschen bekommt es ist schwer dass es aber tatsächlich nicht ich würde wenn ich gewerbten Buch auf level 30 verzaubern er hat er gut hat kommen oder ein aber auch ganz viele einzelne Bücher auf level 1 und aber auch dass hier da wie es reicht ist er ist er ich wollte eigentlich mit ihr stück auf level 30 verzaubern aber mir fehlen zwei diamanten zu bestätten muss also gibt mir ein paar jemanden für ein ende Auge ich würde aber es ist ja ich weiß nicht wie man unterkommt er muss immer in Wasser reingehen manch da rein was passiert ich verfalle mich manchmal eigentlich gar nicht weil ich immer gestorben habe ich wie seid ihr dann nach unten gekommen geiles versteck ja ist geheimnis hier baue ich mir jetzt ein haus ha 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 wusste dich komm nein ich sterbe warte ja er trinkt fast Gabriel ja ja er bleibt doch grad C4 ich muss jetzt hoch erinnere wusste dich nein ey es ist mein Ding kaputt wie viel damage hat meiner gemacht da ich habe auch es wird er hat er ja wie er verbogen meine Pfeile aufsammeln Loll wie weit bin ich geübt Loll ich habe kaum noch herzen alle mit zwei Schwissen er ist er ist nicht tot ich habe noch vier Herzen ein Teil vom Pfeiler und ich hätte noch ein halbes ok dann mache ich mal LOLL ALTER 1,5 1,5 LOLL David jetzt kommt David mit seinen Bogenskills und macht dich fertig mit dem einen Jörnschwert weißt du ich, Mr. White ist killed by wie viel Leben hast du jetzt? 2 rechte man nicht bei Davids Bogen was hat er wieder für einen Bogen? Ultra-Sniper-Bogen ja was ist auf dem drauf? loo ich hab dich getroffen ja aber sehr wenig Schaden loo ich meine hat aber Stärke 3 2 boopo Ficker Bogenskills 3000 ja sag doch einfach mal was auf dem drauf ist jetzt ist ein Pfeil eingeflogen ich bin den Pfeil aufheben dankeschön keine Ahnung was auf meinem Bogen drauf ist Stärke 2 ich hab nicht zugehört nochmal bitte Stärke 2 oder Power irgendwie sowas mehr nicht da macht meiner ja eigentlich mehr damage ich versteh nicht warum ich meinen Bogen nicht auf Power 3 kriege ich hab mal ein Buch, ein Power Buch genommen und das mit dem Bogen verzaubert und das ging nicht wenn ich ein Buch auf Level 30 verzauber, dann kommt ja nur ein Zauber ne? ja ja und was ist... könnte das theoretisch auch Sharpness 3 sein? könnte Sharpness 4 sowas sein könnte sein, ja könnte sein, ja aber du... wahrscheinlich jetzt ist auch hoch, dass du auch ähm Nemesis der Gliederflüsse kommst oder was? ja, der... One-Hitter-Strahl ist mit einem Schlag kann ich euren Ambass benutzen? Danke sehr bitte sehr kannst du auch meinen benutzen der ist... im... im... im ganz normalen Holzhaus, ja Holzhaus... da wird der nicht abgebaut? äh... gut dann hat er den abgebaut das hat doch meinen benutzen das hat doch meinen benutzen das hat doch meinen benutzen ok, go durch den Geheimraum hier da holen Geheimgang durch Geheimgang hier das hat doch einen Geheimgang zu Dominic gehabt, oder nicht? nein also, außerdem ist der mitten auf der Wiese mein... mein... äh... was hast du gesagt? das hat zum... ja ich wollte es zuerst mal einbauen, aber... wir machen Glück... wir machen Glückspiel nein, wir werden nicht viel machen doch, 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 doch wenn der kaputt geht, machst du uns einen neuen nein so wie kaputt ist der? weg wie geht das? ja? ja, ich meins ist mit Verbrennung und ich hab Wasser einmal dabei ja auch waaah 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 vielleicht kann ich das nicht verzaubern gabriel ja war david ich graf dich mit meiner steinschaufel an einen bogen alter deutsch du bist der einzige mit dir brustpanzer er hat einen normalen bogen ja ja ich hab mich wieder abend der geschenkt haben ja klar kein Problem ich bin nicht so einer reise der meinte abend ich kann eigentlich die mann auch probieren ja ich habe noch einen anderen bogen wir sind aber gut geht drei und zwei neu ganz neu zu machen oh Gott wie blöd war ich nein ich wollte geht das echt schon wieder los Leute haben wir beide gleichzeitig ganz ehrlich es ist langsam echt nicht mehr witzig wie viel Schaden hast du verloren wow ja tollen Herz was ist auf deinem Brust da drauf ja lass mich doch mal hab ich vorhin gesagt ja aber ich würd's nochmal wissen wir sind doch immer noch an der 3 ach stimmt Protection 3 ne nein es ist immer noch an der Protection 4 ja ich war noch daran als ich da in ja kein Wunder dass du so wenig damage von uns obwohl ne für bogen brauchen wir Protectile Protection ne ja ich weiß es nicht Protile Protection ja das ist gegen Schüsse so Pepper was hast du jetzt mit deinem Bogen gemacht oh das leckt schon rum gar nicht ja Dominik ich treff ich konnte das ich konnte ich konnte kein Power drauf machen danke ne kein Problem ich hab genug Pfeile ich hab genug Pfeile ich hab auch noch 35 aber Dominik immer zielt ja das ist voll behindert ey weil das voll leckt irgendwie ja ich hab auch vorhin ich hab auch vorhin geschossen dann ist der dann ist der Pfeil in die Wand dann ist der Pfeil in die Wand geflogen Petpit ist da hingegangen und hat auch nochmal Damage bekommen Leute boah David ey läuft doch nicht mitten in den Pfeil da rein ey ja komm 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 naja komm komm nein Spaß ich will den Pfeil haben gibt's hier Bogenskills oder was ne wir machen hier grad nen Bogenfight hä ah ja ich hab immer noch Stress hier ja lol ich mach mich da mal vom Acker ne ja getroffen eigentlich lol fünfeinhalb Herzen wap wap dummik ist das dein Ernst was denn oha oha what na scheiße lol leck boah na das leckt richtig man kann gar nicht so irgendwie boah kann ich gar nicht Skills schießen weil man gar nicht sieht wo er ähm lol ich hab geschossen Dominic wär theoretisch in den Fall reingerannt und auf einmal war er hat er sich da durchgeportet ey cheater ja bei mir auch schon wieder fuck also mit meinem Bogen ich will mit meinem Bogen messen hab ich gehört deiner macht nicht mehr Damage als meiner sicher sicher oder Power 3 gegen Power 3 ja ich krieg keine Power 3 lol hast du den nochmal verbessert Aua bei Herz nur warte wo 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 ist der Amboss mal gucken wie viel Level das kostet ah oh ganz ehrlich ich hab jetzt in der letzten Zeit 20 Pfeile verballert ja wie wo ist der Amboss ja ich ungefähr auch ja den hab ich ich nicht haha hier komm zu dein Haus Perfett woa in die denn lol hab ich dich getroffen nein achso lol ey komm Perfett bist du David er ist bei dir ich bin bei Dominic ich bin bei deinem Haus lol Aua ich hab gar keinen Punkt bekommen kein Ding in deinem Haus sogar drinnen lol hurala huch lol Fimple macht voll den Cheater hier Ports immer wenn ich schieße dann portet er sie kommst du erst Perfett ja ich bin der Meister über den Amboss ja kriegt die jetzt hier auch wieder die Pfeile warum auch also meine Pfeile kannst du nicht aufheben weil es meine Pfeile da sind weil die weil ich bin nicht ab die sind nicht aufhebbar auch nicht aufhebbar lol ja das war's denn mal wieder mit der Aufnahme haha mein Server ist jetzt uglycraft ja mein hab ich gar nicht gemerkt ey jetzt ja jetzt ich meine ich meine ich kann jetzt meinen nein ich muss noch meine Daten holen haha also ich kann jetzt 1 ja bei mir riecht es auch schon nach Essen also nutze ich jetzt auch nicht mehr damit manchmal riecht sie immer nach Essen ja manchmal riecht es immer nach Essen manchmal riecht es auch nach Brötchen so ja dann wollen wir aufhören ja ja gut ja dann vielen Dank fürs Zuschauen ne ok ja ja und ja ja ich weiß nicht was ich sagen soll nächste nächste Aufnahme Session will ich wieder Level 30 werden weil ich jetzt schon wieder fast dabei bin und nächste Aufnahme leitet denn Dominik auf den Server ja ich hoffe mal ne ich hoffe dass ich die Daten von per Pad krieg nix mit hoffen nächste Aufnahme leitet den Server ja ja ich brauche ja die Daten mein Freund ja ganz einfach Skype Bruder zum Scheiß ja für mich kein Problem ich habe jetzt ordentliches Internet ja 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 aber liegt die am Internet dann liegt die am Ding da Ja ich war ja ne ne die damit ich erzählen neuerls alles neu verstanden ja dafür dass es zu schauen haut rein und es hat Spaß gemacht die anderen sagen jetzt auch mal schießt wurde das nicht gesagt auch immer mehr schafft ich habe wieder aussehen ja es hat sehr viel Spaß gemacht diese Runde aus am Anfang ja aber das habe ich einfach mal vergessen ja 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 auf jeden Fall tschüss und auf Wiedersehen eine neue Folge fragt mich immer noch ein Lieblingsessen weiß ich nicht genau muss ich wissen okay ich beende mal die Aufnahme ne tschüss blablabla so was los Herzlich Willkommen zu Minecraft Season 2 so meine Güte mit Luca, mit Gabriel, mit Pet Pet und David und mit David so erstmal Bruder essen so als erstes weiß ich nicht erkunde ich mal die Welt ich habe eine Frage Prozent Gabriel hast du mal diesen Penis hier diesen Erdkopf-Penis hingemacht anklopfen ja den hab ich gemacht ne ich kloppt nicht an soll das irgendwie ein Zeichen sein dass da irgendwie so ein Geschirr versteckt ist oder kann man nicht mehr wenn ich mir sehen würde die Diamanten hier der Mann hat er ganz hinten gut so oft über aber jetzt hat er noch ein paar ja ich habe gehört zuerst also ich ich kann ja wieder die Zeit haben so was kannst du hier fahren der nervt mich hier ein bisschen aber hier gefahren ist irgendwas aber auch ein anderer hat auch gerade auch kann ja nicht nur was sein oder genau hier ist noch mal Lava ja und da habe ich dir gefahren da hinten noch weiter weg schießt wirklich nicht ne? also ganz gewissig kannst du hier einfach den Gelenklang warum also ich guck mal wissen du David sind wir immer noch? hier muss gleich mal schon ausweichern aha jetzt weiß ich nicht okay bestimmt noch weiter hier oh letztes mal hat sie richtig hart gelegt ne? warum spielen wir eigentlich immer noch auf der Vision? sehen wir nicht war die nächste Frage du war ich auf eine Mine gefunden weil sie so scheiße ist das ja die werden nur Shader die ich gerade habe auf der Version das ist ja nicht der Coppestone gefolgt also vorteil für mich aha ha 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 ja cool stirb okay dann mach ich das mal wieder zu ne? ja bitte ich drum oh was oder so warum war hier der Penis Penis? ich hab euch der Penis gesehen Leut nein der war echt ich laufe ganz von dir weg oh der Feiner ich sag jetzt zu den Pferden da die Pferde ja wir waren letztens mal da wo Pferde waren da wo du mitgelaufen bist oh meine Höhle wirst du jetzt ja nie wirst oder wie ja dann na ne komm mal komm mal ein bisschen mal Tim komm mal ein bisschen mal Tim ja die hab ich grad abgerufen meine Güte ja Essen hatte kaum was äh er gab hier unter deinen kleinen Penis ist echt ne kleine Höhle also echt ne kleine Höhle voll geil das war doch der Gang den du hier hast ja das hab ich gesehen aber ich hab mich weiter tiefer gebuddelt vielleicht ne man weiß ja nie was da da unter noch ist ja und äh ja das macht ja ein nacktes Schaf der wollte hier auch einen Gang unter dein Haus bauen für ich weiß ich weiß ött ähm oh du weißt du hüttel vielleicht schaffe ich das ja wieder in dieser Aufnahme Station der über 30 zu werden und ja der hätte sind egal ich bin vielleicht habe ich schon die ist insgesamt gekommen hast du nicht glückst ja mit Glück 3 auch Glück 3 ich hab eine ach was hast du eigentlich hier wo ich fahrbein will das sind auslichen ja ich hab das Gefühl du bist so ein Diarmagnet ist so alter sind scharfe ist so überall wo du dir deine Minen machst findest du gleich Diamanten ja mit X-Ray ist es ja auch nicht so schwer auf 10 Alter X-Ray für diese Version gibt es noch gar nicht doch bestimmt schade wenn ich schon ein bisschen die Programmierer ja genau ich programmiere jedes Spiel ja das ist doch ja auch ich war mitentwickler von GTA jetzt hab ich schon wieder wendet was sagt der Typ der hier auslebt ist magi fix richtig lecker Oha lafischlazuli oh mein Gott will ich doch schon mal immer haben das ist das ist gelettet das macht mich nicht so happy fixiert fix wieder und wieder so hier bin ich jetzt ok ey hier ist jetzt die Wüste wo warten jetzt oh mein Gott wo waren die jetzt immer munter weiter runter auch jemand kommt es da und ich verschenke ne ne freu ich freu ich freu ich erstmal nicht rundherum eigentlich gefunden äh gefarmt so erstmal wieder ne Fackel setzen schon wieder Kohle gefunden sag mal ey wenn ich hier ja dass ich Kohle liegen lasse kann sein und jetzt hab mich Kevin angeschrieben ja Kohle ist eigentlich voll geil du kriegst ja erstens dafür Level weißt du und äh brauchst das halt kann man immer gebrauchen kann man immer gebrauchen genau wie Holz genau wie Holz außer erstmal ein Level man bekommt da keine Level das ist sehr schade genau so meine Damen und Herren ich begrüße sie zu Minecraft genau das hier ist die Welt von Minecraft Minecraft ich hab anrufen und dass ich hier nicht dass ich hier irgendwie runter Fall und dadurch sterbe deswegen würde ich mich immer hier etwas extrem witzig zu sein ja ich weiß meine Beile wäre es wirklich denn ich bin jetzt eigentlich hätte ich gelacht ach ha 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 aber ich nehme sie mal an ach so ich bin ja nicht aufkommen ja scheiße scheiße alles gut 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 x-ray aus ja das ist das ist das ist das andere also immer wenn Puppet auf was nimmt man nicht immer x-ray an um zu fahren ja dann 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 anders bestimmt also immer ganz ehrlich so ne jeder hat doch ohne x-ray gar nicht also ohne geht ja absolut gar nicht ne Luca so jetzt jetzt gehe ich echt nur noch bis zur Höh- so ich bin ja schon fast da boah ich brauche noch ich brauche da nur zwei fucking Diamanten weil das ist ein bisschen werden ich habe erde gefunden hier unten in der Welt wohnen 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 ich bin ein Pickaxe ich habe nur einen Diamanten erde abbaut ich erde gebraucht ich will den Pickaxe mit Level 30 verzaubern ich will ein Pferdchen 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 so also in diesem dem Bion hier da war noch Pferde da die da da die da da die da der kleine Rüdiger vom Damen das kann ja wohl nicht mehr irgendwo bis auf Pferde sein Gabriel ja ja ich liebe dein Pferd da ich war oder ich habe ich habe ihn geliebt oder ich liebe ihn das klingt nämlich irgendwie komisch ja also den Erdpenis da irgendwie wenn nur irgendwie komisch klingt wie kann man so viel Glück haben wie ich ja Glück 3 ach da raus Alter wie krasse danke so schön ich bin ich bin jemanden geben wenn das wenn das eine gute Pickaxe wird dann kannst du meine haben mit Haltbarkeit 2 oh oh ich dachte schon was für der was ist das für ein Mongo alter will er bestimmt nicht haben also brauche ich mal das Ende Auge ich was kriege ich dafür gar nichts okay das ist ja nett du fragst ob einer das braucht du sagst ja und dann bekommst du nicht nett Arschloch alter ja werbsteh ohne es ist in der Auge die die ö ich bade fest alles klar ich mache mich dann mal wieder auf den Weg zurück ne und auch einige Mach das guten Tag ich komm dann später wieder ne wenn du das spürer wieder kommst kommst du gerne später wieder dadadam bulw gur die würde da ist mach gar nicht so gerne den erbler war man nicht äh pferde da 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 oh der feidekern ok gotsseidank habe ich mich jetzt nicht draufgestellt und untergebaut sonst wäre ich jetzt tot und der mann nicht dein ernst doch ich könnte so eine glückstückstacke okay dann nämlich dich Junge geiles Pferde also also da wollte ich erst mal die ganze Erde weiter das Babypferd sind hier überhaupt für dich noch was besonderes ich hab noch 29 über Babypferd Babypferd darf ich bei dir auf Level 30 verzauern nein doch natürlich auch Dankeschön ich habe nicht practicap du willst ihr einiger Augen dafür ja okay und was ist wenn ich der nicht jedem dann du dich dich ne und fülle mir deine Leipzig also hier werde ich definitiv noch weiter suchen sicher also ich wätt mich Rache nehmen das ist klar mhmhmhmhmhm wenn ich auch was anderes geben die 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 mann wie die abstozige zeigt mir auch so ein bisschen mit dem treuen bereits erst einmal treu er traurig reichert er kann durch wer weiß wo sie gar nicht nein ich bin ja im Land der die wo ich reiten steinern an der Bergbank mit dem Ofen neben der Konkurrenberg nach dem Werkwagen oder der Projekte die legendäre Werkbanken das ist ja noch ich glaube ja weiß im Schnitt Werki-Banky? Mh, sag mal, wer hat eigentlich so viele Fackeln bei mir platziert? Ich. Achso, dankeschön. Capri. Ich leuchte gerne aus. Ja, ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Kuipa! Kuipa! Kuipa wusste deine Endertruhe. Kann ich das sagen? Jawohl, ja. Ja. Das ist ein Smart. Ja, stimmt, das hast du jetzt hier oben. Im Panoramapenster. So. Ich wollte ja die Welt erkunden, das werde ich jetzt auch machen. Ich gerade. Recht? Ich wollte? Nö, ich habe mir gerade ein Pferd geholt. Ich denke mal ein Pferd. Ich brauche heute erstmal ein Pferd. So, bitte lieber Gott. Gib mir was Gutes auf die Spitzhacke. Haltbarkeit 5. Wäre ich eigentlich sogar zufrieden mit. Mit Haltbarkeit 5. Noch mehr Dias. Alter, läuft bei mir heute. Wie meine Diamantpferderüstung? Herr Gabriel. Ja, ich fass es nicht. Alter, was ein Scheiß. Yes. Haltbarkeit 3 und Effizienz 4. So geil, Junge, es gibt 4. Ja, echt. Ja, da hätte ich lieber irgendwie Glück. Glück? Oder Silk Touch. Obwohl, Silk Touch habe ich ja schon. Boah, was ne Scheißspitzhacke, ey. Ich reite nach Hause, falls es der Weg ist. Wer verkauft, äh, wer will, will die haben? Was haben? Die Spitzhacke. Ich nehme sie gratis. Was kriege ich dafür? Was kriege ich dafür? Ich nehme sie auch gar nicht gratis. Ja, das ist voll wieder klar. Ich verkauf sie für 3 Diamanten. Nein. Dann mache ich ja Verlust, Zwinker, Zwinker. Wieso machst du dadurch Verlust? Oh, ich sagte Zwinker, Zwinker, Junge. Echt, ey. Hör mal auf Zwinker, Zwinker. Kommst du nicht, Eiche. Mein Gott, Alter. Digga, was bist du für Eiche, Digga? Ich dachte, du wirst gut, Eiche. Kann ich bei jemand von euch meinen, äh, Diamantspitzhacke mit Haltbarkeit 2 für 2 Diamanten verkaufen? Oh, Alter, mein Pferd ist im Wasser gelandet von Tims. Bei Tim-Dings, da weißt du? Hm. Hallo? Ich hab da runtergesprungen, aber mein Pferd trinkt ins Wasser. Oh, ich dachte, das fällt da in die Tiefe. Oh, jetzt muss ich erstmal so viel Level wieder fahren. Ja, ich glaub, wir haben wieder elf Diamanten gefahren. Das ist ein Verzaubertand. Alter, fertig, Junge. Ich hab nicht mehr. Das ist nicht möglich, ey. Hallo, Cheap, da ist.